Was waren das bitte für verrückte 24 Stunden? Man kommt ja schon kaum hinterher, nachdem Unge ein Statement auf YouTube hochgeladen hat, was ich so semi gut fand. Wer sich dafür interessiert, kann gerne unten auf meinem anderen Kanal vorbeigucken. Da hatten wir im Livestream dann drauf reacted und ich muss sagen, ich fand das ziemlich mau. Das ganze Statement konnte aber auch ein paar Sachen nachvollziehen und er hat ja dann auch gesagt, er geht in Therapie und dafür auch viel Glück. Dann gab es allerdings anscheinend nicht die gewünschten Reaktionen oder keine Ahnung, was dann der Grund war für die Twitter-Nachricht von ihm. Er hat eine Voice-Nachricht auf Twitter rausgehauen, die ich euch jetzt hier gleich zeigen werde und das klingt erstmal nach Abschied. Das hat er ja auch schon angekündigt in seinem YouTube-Statement, aber dort auf Twitter hört sich das ganz anders an wie auf YouTube und irgendwie verstehe ich es nicht so ganz. Ich habe da so ein paar Ideen, warum man das jetzt so machen könnte, die ich einfach als Fazit euch ranhänge. Ich zeige euch jetzt erstmal seine letzten Worte auf Twitter erstmal und auch die Entschuldigung gegenüber Vic und auch gegenüber Rachel. Wer hätte das für möglich gehalten? Seht erstmal selbst rein und ich bin gespannt, wie die ganze Geschichte noch weitergeht. Hallo. Ich verabschiede mich jetzt hier erstmal, wie schon im Statement gesagt und in meinem Abschiedsvideo. Ich werde mich jetzt erstmal aus dem ganzen Internet zurückziehen. Ich hatte gerade nochmal ein sehr intensives Gespräch und habe nochmal ein paar Sachen zu ergänzen zu dem ganzen Statement. Also erstmal wünsche ich euch allen nur das Beste, alle, auch hier die Leute, die jetzt Hasskommentare schreiben. Ich wünsche euch das Beste for real. Ich wünsche euch das Beste für ihr Leben. Und wie im Statement gesagt, habe ich viel Scheiße gebaut und dazu möchte ich noch zwei Sachen jetzt ergänzen. Erstmal an Viktor. Auch wenn ich nicht mit allem, was du so gesagt hast, einverstanden bin und das alles so unterschreibe, sehe ich trotzdem einen Großteil der Fehler bei mir, weil ich einfach wirklich ein missgünstiger, gehästiger Mensch war und einfach viel Negativität auch in vieles rein interpretiert habe. Und deswegen möchte ich mich aufrichtig entschuldigen. Ob du das annimmst oder nicht, ist es auch vollkommen deine Sache, wenn du irgendwann mal Lust hast und wir uns zufällig privat sehen, dann gebe ich dir einen Burger oder eine Cola aus und wir können hoffentlich nochmal reden. Ich möchte wirklich sagen, es tut mir aufrichtig leid, weil es über Jahre lang so eine negative Scheiße war und wie gesagt, sehe ich den Großteil der Probleme da einfach bei mir. Auch hier an dieser Stelle nochmal an Rachel. Es tut mir auch leid für alles, was ich in der Beziehung getan habe und wie ich mich verhalten habe. Deswegen möchte ich mich auch aufrichtig entschuldigen. Ich war nicht korrekt. Ich war einfach nur ein Stück Scheiße. Und vieles, was Rachel auch in ihrem Statement gesagt hat, habe ich ja auch schon eben in meinem dann gesagt, stimmt. Rachel ist ein liebevoller Mensch, auch wenn da nicht immer alles zu 100 Prozent die Wahrheit war, was da jetzt in den letzten Tagen gedroppt ist. Aber das ist klar, jeder hat auch eine andere Wahrnehmung. Ich möchte trotzdem einfach nur sagen, hier sehe ich auch einfach den Großteil der Probleme auf meiner Seite, weil ich einfach ein absolut, keine Ahnung, krankes Ego hatte und auch immer noch habe und jetzt an mir arbeiten werde und mir deswegen auch die Zeit nehme und es tut mir einfach leid. Also es tut mir nicht nur für die beiden Menschen leid, es tut mir für jeden Menschen leid, dem ich einfach wehgetan habe und alle, die hier sich angesprochen fühlen, es tut mir leid, dass ich so war. Und ich wünsche euch wirklich allen das Beste und ich werde an mir arbeiten und ja, ganz viel Liebe, Leute. Es tut mir leid. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum Unge auf Twitter so direkt wird und sich entschuldigt bei Rachel und auch bei Vic und dort auch ganz klar wird, dass er hauptsächlich bei sich den Fehler sucht und nicht bei den anderen und dann allerdings auf YouTube eine andere Variante hochlädt, die über 40 Minuten geht und wo er sich eigentlich auch dazu äußert, dass Vic vieles verdreht hat oder auch eine Rachel da Sachen falsch behauptet hat und Co. und klar spricht er auch dort, dass er in Therapie gehen will aus und das finde ich auch gut, wenn er sich Hilfe sucht und ich finde es auch in Ordnung, wenn er sich jetzt eine Auszeit nimmt. Es ist alles fein, ja, aber ich finde es schon sehr merkwürdig, dass er auf YouTube eine andere Variante hochlädt für seine Zuschauer und dort auch die Kommentare nur einzelnen durchlässt, ja, und vieles nicht veröffentlicht und auch die Kommentare dort halt so überwacht mit und halt auch die Bewertung ausgestellt hat und auf Twitter, wo er es nicht so kontrollieren kann, so reumütig sich entschuldigt und sagt, er ist der Hauptschuldige, er nimmt sich eine Auszeit, er geht in Therapie und irgendwie klingt das alles nach Besänftigung und irgendwie ist es auch sehr auffällig, dass das dort, wo man es nicht kontrollieren kann, mit den ganzen Kommentaren und Co. so straight wird und auf YouTube, ja, nur kurz vorher ganz anders klingt. Ja, vielleicht hat er aber auch die Kommentare so wahrgenommen und sich dann einfach ein Herz gefasst und gesagt, Mensch, ich entschuldige mich jetzt lieber, bevor mir das komplett um die Ohren fliegt. Ich weiß ja auch nicht, was im Hintergrund jetzt noch alles für Dinger auf ihn warten und ich bin gespannt, was jetzt noch so passieren wird. Ich bleibe da auf jeden Fall für euch dran. Fakt ist, mir kam das komisch vor. Ihr könnt ja gerne auch mal unten reinschreiben, wie ihr das jetzt so wahrgenommen habt. Findet ihr das jetzt nicht auch merkwürdig, dass er auf Twitter jetzt das so deutlich raushaut und in seinen 42 Minuten auf YouTube das nicht so straight sagt. Und ich denke, es gibt immer zwei Seiten der Medaille und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn er da einige Sachen anders sieht. Aber irgendwie bin ich der Meinung, dass Vic und auch Rachel wesentlich krassere Statements auch gemacht haben und rausgehauen haben und das ziemlich deutlich jetzt so ausschaut, als wäre da auch wirklich was dran. Das ist jetzt nur meine Meinung und wie gesagt, ich habe ja schon vor einigen Monaten von Rachel davon gehört und hatte da sowieso dann auch meine Meinung und war auch ein wenig parteiisch, das gebe ich auch offen zu. Dennoch habe ich mir das Statement von Unge angesehen, ich habe mir das Statement von Vic angesehen und wenn ich dieses lieblose Statement von Unge mir reinziehe auf YouTube und das von Vic und von Rachel, dann wirkt das alles irgendwie bei denen glaubwürdiger. Das ist nur meine Meinung. Und ihr könnt das gerne anders sehen, bleibt aber sachlich, beleidigt niemanden und schaut auch gerne die anderen Videos von mir durch. Ich habe jetzt einiges zu dem Thema hier hochgeladen auf dem Kanal, aber auch auf meinen anderen Kanälen wird es noch Videos geben, auch auf meinem Uncut-Kanal. Da wird es auch eine Reaction auf das Statement von Vic geben und das ist auch durchaus sehr, sehr spannend geworden. Das ist alles für euch oben angepinnt und dann soll es das für heute hier gewesen sein. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, schickt mir gerne weitere Dinge zu. Auf Instagram und Twitter bin ich sehr aktiv und dann soll es das hier für heute gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.